Hallo, heute gibt es wieder neue Vokabeln auf Deutsch. Erstes, der Garten. Gehen. Die Giraffe. Der Radiergummi. Der Igel. Der Vogel. Die Gießkanne. Und das Auge. In allen acht Wörtern habt ihr einen bestimmten Buchstaben. Und zwar ist das das G. Das G schreibe ich auf Deutsch so. Hier in den Kopf. Es geht nach unten. Und wieder nach oben. Das kleine G wie in dem Wort Gelb. Und es gibt noch das große G. Das schreibe ich so. Hier in den Kopf. Nach unten. Und dann hat es noch hier einen Fuß, der noch nach unten geht. Und das große G. Wie im Wort Giraffe. Giraffe. In allen acht Vokabeln habt ihr das G. Ich möchte, dass ihr die Vokabeln noch einmal hört und mitsprecht. Das Auge. Eins, zwei, drei. Die Gießkanne. Eins, zwei, drei. Der Vogel. Eins, zwei, drei. Der Vogel. Der Igel. Eins, zwei, drei. Der Radiergummi. Eins, zwei, drei. Die Giraffe. Eins, zwei, drei. Die Giraffe. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Gehen. Eins, zwei, drei. Und der Garten. Eins, zwei, drei. Vielen Dank.